Ja, die SPD hat ein Problem. Hier laufen die Mitglieder weg. Im Kreisverband Segelberg haben die Sozialdemokraten in den vergangenen vier Jahren 270 Genossen verloren. Zwei Drittel davon durch Austritte. Und um wieder neue Mitglieder zu gewinnen, da geht die Partei jetzt neue Wege und die führen auch in ihre Nachbarschaft. Sie haben sich viel vorgenommen, die führenden Köpfe der SPD aus Stadt, Kreis und Bund. Als eine von 21 Modellregionen bundesweit nehmen die Segelberger Sozialdemokraten an einer Nachbarschaftskampagne teil. Das heißt, die Genossen wollen künftig aktiv auf die Bürger zugehen. Es wird Hausbesuche geben, es wird Bürgergespräche in verschiedenen Stadtteilen und auch in verschiedenen Gemeindeteilen geben, wo man sich auch direkt mit den Herausforderungen, die in der Region sind, auseinandersetzt und somit in einen konkreten, direkten Dialog kommt. Der erste Schritt ist, dass wir erstmal intern gucken, was wünschen sich die Genossinnen und Genossinnen, dass wir die Nachbarschaft neu entdecken. Das haben wir hier im Kreis Segelberg, in der Modellregion Segelberg schon viel gemacht, auch in Norderstedt. Und dass wir dann im zweiten Schritt, da sind wir jetzt gerade schon bei, mit den Bürgern in Dialog treten und sagen, was beschäftigt sie denn in der Nachbarschaft und können wir ihnen da vielleicht helfen. Denn die SPD möchte wieder als die Kümmererpartei wahrgenommen werden und setzt deshalb auf ganz persönliche Gespräche. Wichtig ist es, dass wir die Menschen nicht nur auf der rein politischen Ebene ansprechen, sondern auch auf der menschlichen Ebene. Die Menschen wollen niedrigschwellig angesprochen werden, sie wollen nicht direkt mit einem politischen Thema konfrontiert werden, sondern sie wollen oft auch einfach ihre ganz persönlichen Probleme loswerden und hoffen, dass die Politik ihnen dabei helfen kann. Und vielleicht können manche Menschen auch zum Mitmachen einfach bewegt werden. Denn das ist das große Ziel hinter der Nachbarschaftskampagne. Zwar sind in den vergangenen vier Jahren 150 Mitglieder in den Kreisverband eingetreten, aber durch Austritte und Todesfälle hat die Kreis SPD auch 270 Mitglieder verloren. Bei uns ist ja wie überall die Problematik, dass wir Mitgliederschwund haben zum Teil, was allerdings auch wegen Austritten und all das bedingt ist, aber eben auch, weil Menschen sagen, das ist nicht mehr unsere Partei, die wollen wir wieder gewinnen, die wollen wir wieder reinholen. Insofern erhoffen wir uns auch durch die Nachbarschaftskampagne auch wieder Zulauf und Zuwachs neuer, aber auch ehemaliger Mitglieder, die sagen, doch, hier können wir was bewegen. Etwas bewegen will nun auch der Ortsverein Norderstedt und hat sich schon einige gezielte Aktionen vorgenommen, um die Bürger besser zu erreichen. Wir haben uns auch überlegt, dass wir zum Beispiel mal einfach einen Stadtparkspaziergang machen können mit einer kleineren Gruppe und dort einfach mal die Menschen ansprechen können und direkt sagen können, wir sind von der SPD, habt ihr nicht Lust mal mit uns zu sprechen und uns zu sagen, was euch stört, was wir besser machen können, welches die Themen sind, die euch wirklich bewegen und nicht immer nur darauf zu vertrauen, dass wir schon die richtigen Themen immer anfassen werden. Wer keine Lust aufs Spazierengehen hat, kann trotzdem seine Meinung sagen, und zwar im Internet. Unter www.sociessurvey.de slash nbk2015 hat die Partei nämlich eine große Umfrage gestartet. An der kann jeder teilnehmen, natürlich auch, wer nicht in der SPD ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017